Guten Morgen liebe Traderinnen und Trader und herzlich willkommen zum ersten Handelstag im Mai hier bei uns in Deutschland und mit Tickmill. Wir schauen in das Silber, wir schauen in britisches Pfund, kanadischer Dollar und wir haben heute mal wieder Euro-Schweizer Franken in den Ideen mit drinnen und natürlich sehr sehr gern auch an all diejenigen, die hier live zuschauen, immer wieder die Möglichkeit Fragen zu stellen. Das heißt, wer den ein oder anderen eigenen Chart mal besprochen haben möchte, bitte einfach hinein in die Charts. Theo Elena, einen wunderbaren guten Morgen und damit starten wir direkt mit dem Webinar an erster Stelle wie im Standard. Der Risikohinweis, Sie wissen es, der ist wichtig, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Ich bitte, das Ganze hier auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen und damit starten wir weiter oder machen wir weiter mit einem Blick in die Tagesnachrichten. Gestern war ja die Fettsitzung, Paul hat gesprochen an der Zinsschraube, ja da gab es wie erwartet wenig zu tun. Was schreibt Paul, beziehungsweise spricht Paul, er sieht mittlerweile die Kerninflation wieder etwas unter den aktuellen Wunschstaden, aber er schreibt auch oder er sagt auch, dass das nur kurzfristig ist, dass die Dinge, die dafür gesorgt haben, die werden nicht lange präsent sein. Heißt, das sind keine harten Faktoren aus der Wirtschaft gewesen und er hat einfach auch gesagt, dass diese Schwäche halt nicht von langer Dauer sein wird. Das also die wichtigsten Fakten hier um diese Geschichte rum. Was haben wir noch? Er hat noch einmal darauf hingewiesen, dass wichtige Risiken wie beispielsweise der Brexit, das schwache Wachstum in Europa und in China weiterhin auch vorhanden sind. Aber er schreibt, sie sind etwas besser geworden. Das sind die Worte, they have gotten better, but are still present. Das sind die Worte, die er hier in den Mund genommen hat. Also diese Risiken haben wir schon oft besprochen, sie sind weiterhin da, sie nehmen in Thailand ab. Wir werden sehen, was daraus wird. Die Indizes haben auf alle Fälle auch reagiert, das werden wir morgen auch in der Besprechung sehen. Oder wer mag, hier heute noch, wenn das gewünscht ist, gerne eine kurze Info, dann kann man da auch nochmal reinschauen. Und ich will das Ganze ja hier morgens nicht zu lange in die Länge ziehen, weil der Handelsstart steht ja auch bevor. Und viele Dinge werden dann ja auch in Bewegung kommen. Und damit zu den heutigen Daten. Was haben wir hier? Heute um 8 Uhr hatten wir die Einzelumsätze für den Monat März. Das haben wir hier drinnen stehen. Ich gucke gerade mal oben rein. Die Daten sind ja schon da. Die kamen um 8 Uhr. Es wurde erwartet, ein Rückgang um 0,4. Hier war der Rückgang kleiner. Er war zwar da, aber er ist besser ausgefallen, als das befürchtet wurde. Es war ein Rückgang hier im März von 0,2 Prozent. Weiter im Text des heutigen Tages um kurz vor 10, also 9.55 Uhr, gibt es den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. In Deutschland dann um 10 Uhr das Ganze für die EU. Dann gibt es heute auch viele, viele Nachrichten aus Großbritannien. Hier an dieser Stelle ist zu nennen der Einkaufsmanager-Index für das Baugewerbe. Und dann haben wir heute am frühen Nachmittag hier die Bank of England, die hier mit den Zinsen wieder Nachrichten an den Markt gibt. Das heißt, da gibt es die Abstimmung über die Zinsen. Danach gibt es den Zinsentscheid, das Sitzungsprotokoll. All das um 13 Uhr wird hier veröffentlicht und um 13.30 Uhr spricht dann Bank of England Governor Carney. Das wird dann sehr, sehr interessant werden für all das, was auch im Bereich der britischen Währung oder auch das Index ist. Das muss man unbedingt auf der Uhr haben. Das bitte auch jetzt schon mal so ein kleines bisschen im Hinterkopf halten über die Handelsidee, die wir hier heute im britischen Fund Kandola miteinander besprechen um 13 Uhr, 13.30 Uhr. Da wird es sehr, sehr spannend, was passieren kann. Am Nachmittag dann gibt es einige Daten aus den USA. Heute um 14.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Morgen gibt es ja dann die Nonfarm-Payrolls. Um 14.30 Uhr ebenfalls die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft. Wir bekommen Einblick in die aktuellen Lohnstückkosten. Das ist ja auch immer wichtig, wie sich die Kosten für den Lohn in Amerika entwickeln für das Wirtschaftswachstum. Um 16 Uhr geht es dann weiter mit den zivilen Investitionsgütern ohne Flugzeuge. Also auch das wichtige wirtschaftliche Daten. Den Auftragseingang bekommen wir hier für den Monat März. Und am Abend spricht dann Bundespräsident Weidmann und EZB, EZBs Prät, der Prät hält mal wieder eine Rede. Knoten in der Zunge hier. Entschuldigung dafür. Also, das die wichtigsten Nachrichten für den heutigen Tag. Das sind natürlich nicht alle Nachrichten. Ich bitte hier an dieser Stelle auch, wie das normal zum Trading für die Vorbereitung auch gehört, die eigenen Nachrichten auch noch mit zu scannen, was kommen kann. Und damit gehen wir direkt rüber in die Charts hinein. Wir starten hier, wie gerade auch angesprochen, mit einem Blick in den britischen Fund Kandala. Wie schon gesagt, bitte heute unbedingt den Event am Nachmittag, also um 13 Uhr, 13.30 Uhr mit im Auge behalten. Wir schauen jetzt aber erst einmal rein in diesen Chart. Und in diesem Chart gibt es halt zwei verschiedene Dinge, die ein Trader hier mit im Kopf haben sollte. Der erste ist das große Bild. Also dieses hier, wenn wir uns das große Schwungbild mal anschauen. Ich schalte da mal eben ganz kurz in die Woche um und zoome das mal eben rein. Also das, was wir hier sehen, ist von hier unten gestartet. Halt sehr, sehr schön. Dieser große, lange Aufwärtstrend, der hier schön reinlöfft. Und das, was wir hier sehen, der letzte Schub sozusagen, das Stückchen Weg hier, das ist sozusagen aktuell die Korrektur der vorhergehenden Bewegung. Das heißt, das hier ist die Trendbewegung der Woche, die oben reinläuft. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist die korrektive Phase davon. Die hat bisher ihren Boden um die Marke von 1,73,2 gefunden und kommt aktuell noch nicht so richtig hier über diesen Top-Bereich bei 1,75,3,5 rüber. So, das mal das große Bild in der Woche. Wenn wir uns das Ganze auf Tag anschauen, dann haben wir selbstredend aktuell einen laufenden Aufwärtstrend. Aber ich weise nicht umsonst darauf hin, dass wir hier das ganze große, übergeordnete Bild immer mit im Kopf haben müssen. Warum? Das ist halt wichtig, um zu sehen, was passieren könnte. Weil wenn ein Trend rumdreht, dann könnte es halt dazu führen, dass der Korrekturtrend gebrochen wird und wir dann hier einen neuen Aufwärtsschub bekommen. Und das ist die Verortung, die wir hier momentan auch haben. Und das könnte unter Umständen auch passieren, dass wir jetzt einfach dann weiter nach oben laufen und wieder in Richtung dieses großen Wochentrends laufen. Weil der Tag ja die untergeordnete Zeiteinheit ist, also der direkt darunter verlaufende Trend. Das ist die Geschichte mit der Verortung und was hier geschehen kann. Weil wir sehen es ja auch im kleinen Bereich, wenn wir hier mal den Bewegungstrend des Tages anschauen, der ist ja rausgenommen worden. Der Markt ist ja schon hier oben rüber gelaufen. Also rein technisch ist das schon ein bisschen weit angeknackst. So, jetzt müssen wir aber trotzdem mal schauen. Der große, hier auf Tagesbasis, der richtungsgebende Trend ist weiterhin abwärts gerichtet. Wir befinden uns aktuell hier um die 1,7535 innerhalb eines Widerstandslevels, wo wir die letzten drei Tage noch nicht, oder die letzten zwei Handelstage noch nicht so richtig drüber hinausgekommen ist. Wichtig ist hier, gestern haben wir es versucht, wir sind hier übers Tageshoch vom Vortag mal drüber gekommen. Danach kam direkt wieder Schwäche rein. Also wir sehen es, dieser Bereich, wo wir aktuell sind, der hat schon einen spürbaren Widerstand. Das heißt, wie kann sich das Ganze auflösen? Mit Blick nach unten, wenn wir tatsächlich Schwäche reinkommen, könnte es unter Umständen sein, dass das Ganze hier wieder in die korrektive Phase reingeht. Ein wichtiger Marker hier für diesen Lauf wäre dann hier das Tagestief von gestern um die 1,74398, beziehungsweise wer dann weiter etwas tiefer blickt, hier haben wir noch einen untergeordneten Staubereich, wo der Markt öfter mal aufgefangen wurde. Hier, wenn man sich das im Stundenchat anschaut oder sieht man auch gut im Tagesschat, das hier unten, die 1,73663, so grob über den Daumen. Das war so ein Level, wo der Markt aufgefangen wurde. Und möglicherweise kann man bis da runter laufen. Natürlich, wenn es zur Wiederaufnahme dieses Trends kommt, dann spielt irgendwann auch dieser Support-Bereich hier am aktuellen Trend-Low um die 1,73200 wieder eine Rolle. Da muss man einfach mal sehen, was nach unten gehen kann. Mit Blick zur Oberseite ist es dann natürlich interessant, was passiert, wenn wir tatsächlich oben drüber laufen. Das heißt, wenn sich diese Dynamik, die sich hier in den vergangenen Tagen aufgebaut hat, doch schafft, nach oben zu entladen. Ich nehme an, das wird, wenn überhaupt, dann irgendwo im Bereich der Sitzung der britischen Notenbank kommen. Wenn wir da drüber laufen, hier Dynamik reinbekommen und nicht nur kurz über dieses Tageshoch hier, beziehungsweise das Tageshoch von gestern drüber spiken, sondern tatsächlich nach oben laufen, dann wird es sehr, sehr spannend, was hier am aktuell laufenden Korrekturhoch, das ist ja das aktuelle Korrekturhoch in diesem Abwärtstrend, haben wir hier um die Marke von 1,76150. Hier wird es dann spannend, wenn wir hier nämlich drüber laufen, dann wird es interessant für das große Bild in der Woche. Da könnte es dann dazu kommen, dass wir wieder hier in die alten Hochs reinlaufen. Also wir sehen hier wieder eine Marke, wo wir tatsächlich im kurzfristigen Trading sehr aktiv arbeiten können, aber auch der Swing Trader könnte unter Umständen hier ein Longhandelssignal bekommen, um das Ganze dynamisch nach oben mit zu traden. Und ich hoffe, ich verwirre jetzt nicht allzu stark, aber es ist trotzdem ein ganz normales Bild. Sollte ein Rücksetzer kommen, könnte der auch wirklich nur von kurzer Natur sein. Warum? Wir sehen es, wenn wir gleich in die Stunde schauen, wenn wir uns das Gesamtbild mal anschauen. Wir haben in der Stunde einen ganz normal laufenden Aufwärtstrend. Das sehen wir hier unten, das war schön. Hier unten die Bodenbildung, ich mache das Bild nochmal etwas kleiner, damit wir es sehen können. Also wir haben hier initiiert in dem Support unten am aktuellen Trend, die schön den Markt nach oben laufen. Es sind schöne, weite Bewegungen. Wir haben auch Rücksätze, aber die Rücksätze haben nie dazu geführt, dass der Trend gebrochen wird. Das Ganze hier wieder in tiefer Korrektur. Das sind übrigens auch sehr, sehr schöne Punkte, wo man Einstiege finden kann. Dazu werde ich morgen in dem Webinar morgens mal etwas sagen. Am Freitag, da haben wir ja ein bisschen mehr Zeit in Richtung Edukation, wie man oder wie ich persönlich mir die Swing Trades aus tiefen Korrekturen raussuchen. Auf was ich da so achte mit Verortung und so weiter und so fort, was dazu gehört. Also hier sehen wir auch sehr, sehr schön nach oben gelaufen. Und jetzt läuft es halt in die korrektive Phase rein. Und selbst wenn wir hier durch die Notenbank oder welchen Event auch immer ein ganzes Stückchen nach unten laufen, das ist dann interessant für den Trader im kurzfristigen Bereich. Wir können hier an dieser Stelle diesen Trend gerne auch nach unten traden. Aber wir müssen einfach wissen, dass die Stunde uns hier in die Lage versetzt, zu sagen, gut, wir sehen das, was jetzt nach unten geht, einfach als Korrektur. Deshalb hatte ich auch gerade darauf hingewiesen, hier unten dieser Bereich um die 1,74, knapp 4, der ist wichtig. Nämlich, wenn der gebrochen wird, dann heißt es, jetzt ist dieser Trend passé, jetzt könnte es durchaus deutlich tiefer gehen. Aber wenn wir hier lediglich einen Schub nach unten bekommen, das heißt, wir können durchaus hier diese korrektive Phase traden, das ist ja kein Problem, Bereich genug ist da. Dann müssen wir einfach auch sehen, dreht es wieder rum, dann wird dieser Trend ja wieder aufgenommen. Und das wäre dann die Chance, die ich gerade auch angenannt hatte, für die nebenberuflichen Trader, die jetzt nicht im 5-Minuten-Chart unterwegs sein wollen, das ist dann spannend, weil diese Umkehr, die könnte dann tatsächlich dafür sorgen, dass wir hier mit Blick in den Tagesschart wieder anfangen, nach oben zu laufen. Heißt also hier dann in den nächsten Widerstandsbereich reinzulaufen oder aber darüber hinaus sogar es schaffen, wieder in Richtung dieses Wochenscharts mit hinein zu laufen. Das ist also die spannende Geschichte hier im Währungspaar britisches Fund Kandoller. Wir bleiben an dieser Stelle auch direkt bei den Währungspaaren und blicken jetzt mal zu unseren Nachbarn hier in den Euro-Schweizer Franken hinein. Da starte ich auch erst mal mit einem Blick in den Wochenchart hinein. Warum? Ganz klar, hier ist ein interessantes Bild da. Wir haben hier im Wochenchart eine sehr, sehr weite Trading Range. Wir haben oben aktuell den Deckel um die Marke von 1.14700 drauf und unten einen Support um die 1.118. Das sind mal die Werte. So, das ist mal die grobe Richtschnur. Und wer sich das Ganze jetzt anschaut, ich habe es hier mal so skizziert ein wenig, das ist der Abwärtstrend des Tages, das ist der Aufwärtsschub im Tag. Und jetzt gehen wir wieder rüber in die Tagesansicht hier, in den Tageschart hinein. Warum? Weil da wird es nämlich interessant. Interessant aus dem Grund, weil zum einen das Widerstandslevel hier oben, das hat bisher dazu geführt, dass der Markt immer wieder nach unten gefallen ist, regelmäßig. Wir haben es hier drüben gesehen, wir haben es hier gesehen. Es gab einfach immer dann, wenn wir oben reingelaufen sind in diesen Markt, den Weg nach unten als leichteren Widerstand. Das heißt, da gab es den Rücksetzer so. Worauf kommt es jetzt an? Es kommt jetzt darauf an, was der Markt hier macht. Wir haben jetzt hier das Wochenhoch mit eingegliedert, wo wir drüber gelaufen sind, in den Spike hinein. Jetzt ist der Markt gestern wieder deutlich, beziehungsweise vor einigen Tagen, wir sind jetzt hier im Tag genau, vor einigen Tagen deutlich wieder runtergefallen. Dann gab es diese Aufwärtsbewegung und gestern dann wieder den Schub nach unten. Heißt also, was kann hier an dieser Stelle passieren? Mit Blick in den grünen Chart haben wir es hier. Das ist jetzt die korrektive Phase. Wenn es dann zur Aufwärtsbewegung kommt, also heißt in diesem Punkt, sollte sich der Tag hier weiter positiv gestalten und wir laufen nach oben, dann könnte es durchaus dazu kommen, dass wir hier erstmals wieder ein höheres Tief sehen und dann erneut in diesen Widerstandsbereich reinlaufen und dann, wenn Stärke in den Markt reinkommt, es schaffen, weiter nach oben mitzulaufen. Das heißt, mit Blick in den Wochenchart hätten wir dann die Situation, dass wir tatsächlich hier das Trend hoch auf Wochenbasis rausnehmen und in diesem Sinne diesen großen, starken Abwärtstrend brechen und wir möglicherweise die Chance haben, deutliche Kurssteigerungen zu erleben. Das ist die Seite nach oben. Das muss man im Blick haben. Auf der anderen Seite, ich mache das mal kurz etwas größer, dass man es gut sehen kann, letzte Woche hatten wir eine sehr, sehr deutliche Short-Umkehrkerze hier oben in diesem Bereich. Heißt also, das, was wir hier in der laufenden Woche sehen, könnte auch einfach nur die Situation sein, eine kurze Gegenbewegung, die wir dann wieder nach unten laufend sehen. Das heißt, hier für das mittelfristige, weil da sind wir schon noch ein Stückchen weit weg, im kurzfristigen Bereich, das hatte ich ja gesagt, könnte es durchaus hier eine kurzfristige Entscheidung geben, ob nach oben oder nach unten. Im mittelfristigen Bereich, weil wir blicken ja hier auch in die Woche, heißt das, das Tief der Woche, der aktuellen Woche wird sehr, sehr wichtig, weil wenn das unterschritten wird, haben wir definitiv eine Bestätigungskerze zur Vorwoche, die dann das Potenzial hat, unter das Tief der Vorwoche auch drunter zu laufen und dann den Markt nach unten zu traden und wieder Richtung dieses Tiefs hier unten, um die Marke von 1.11.800 zu laufen. Also das hier mit Blick in den Tagesschat, das wäre dann tatsächlich die Situation, dass man hier im Kleinen, das zeichne ich auch mal, ich skizziere das mal eben kurz, wenn es so kommen sollte, das mache ich mal rot, dass das vom Fokus her etwas unterschiedlich betrachtet werden kann, heißt das hier in diesem Zusammenhang, wenn wir hier an dieser Stelle die Abwärtsbewegung gesehen haben und das, was wir jetzt hier sehen, lediglich die Gegenbewegung gesehen haben, dann ist das dann der Schub nach unten, wenn es sich so entlädt, dann bildet sich hier ein abwärts laufender Trend, auch auf Tagesbasis und der hat dann halt hier unten das Wochentief von dieser Woche und wenn das nach unten drunter weggeprallt wird, dann haben wir wieder einen Lauf, der auf Tagesbasis abwärts gerichtet ist und auch wieder in die Richtung der Woche übergeht, mit Blick dann mittelfristig auf den Support im unteren Bereich. Also hier wird es durchaus spannend, was wir sehen werden, wie schon gesagt im kurzfristigen Bereich, wenn man sich das Ganze mal anschaut, wir haben hier unten einen Support liegen, wo der Markt auch schon mal herangelaufen ist, hier war es Support, hier ist es auch wieder ein Support gewesen, wenn das hält und wir kriegen den Lauf nach oben, das heißt bildet sich hier ein Aufwärtstrend, dann könnte es durchaus kurzfristig Kurssteigerungen hier oben in diesen Bereich hineingeben, also hier, das wären dann so Marker, wo es reinlaufen kann, wichtig ist halt, dass wir über diesen Bereich reinlaufen, weil dann haben wir kurzfristig erstmal wieder einen aufwärts laufenden Markt und da könnte es durchaus zum Schwung nach oben mitkommen. Ansonsten, wenn es nach unten bricht, ich hatte es skizziert, dann haben wir hier tatsächlich die Situation, dass sich dieser jetzt schon laufende Abwärtstrend in der Stunde weiter nach unten fortsetzt. Wie schon gesagt, spannend hier unten die Marke von 1,13,880 hier im Stundenchart. Und damit gehen wir noch in den Silberpreis, in den Chart von Silber hinein. Das hatte ich ja auch schon angedeutet, was hier geschehen ist, ist sehr, sehr schön zu sehen, dass gestern mal die Dynamik für eine finale Entscheidung auch gesorgt hatte. Wir hatten das in den vergangenen Sitzungen auch schon das ein oder andere Mal angesprochen, im Silberpreis die Marke hier um diesen Staubereich von 1,14,80. Hier, da ging es nicht drüber. Hier hat der Markt wieder einen Rebound gemacht. Das war ein Staubereich. Interessant, gestern dann mit richtig, richtig Dampf unten drunter gegangen. Das Tagestief von gestern haben wir liegen bei 1,14,60. Das ist jetzt die entscheidende Marke. Wie geht es jetzt im Silber weiter? Wenn wir hier drunter bleiben und wir nicht einmal die Stärke reinbekommen, hier auf den Bereich dieser Fortsetzung von diesem Trend, hier den kleinen Untergeordneten bzw. hier dem Großen, der hier gelaufen ist, der hat ja hier entsprechend sein Tief auch mitgehabt, das Ganze fortgesetzt. Das heißt, der Bewegungstrend ist hier weiterhin schön am Laufen. Das sehen wir, wenn wir hier nicht mal die Stärke reinbekommen, auf das Ausbruchslevel um die 1,14,75 bzw. hier in den Staubereich hineinzulaufen, dann muss man einfach den Blick nach unten richten. Kurse unter dem Tagestief von gestern bei 1,14,60 eröffnen dann die Chance, kurzfristig erst einmal hier die 1,14,50 anzutesten. Wir sehen es auch hier im klassischen Chartverlauf. Darunter ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, wenn man sich mal hier diesen Trendverlauf auch anschaut. Hier ist ein kleiner Staubereich. Einen weiteren Staubereich hätten wir hier etwas tiefer noch drunter liegen. Hier in diesem Bereich, das wäre dann, hier gab es einen Zacken nach unten, von diesem großen, starken Schwung nach oben. Möglicherweise könnte es da etwas Aufhalt geben. Das ist so hier unten der Bereich um die Marke von 1,14,34. Ich klemme da gleich mal noch ein Preisschildchen dran hier. Die 1,14,34 haben wir unten liegen. Das sind so Marken, wo wir durchaus auch reinlaufen können. Das heißt, hier mit Blick nach unten gibt es doch die ein oder andere Anlaufstelle. Mittelfristig können wir natürlich dann hier in diesen Haken um die 1,14,06 beziehungsweise in den Bereich dieses aktuellen Trendtiefs von großen, ganz, ganz großen übergeordneten Bild um die 1,13,90 reingehen. Also wir sehen auch hier, wie gut das Ganze funktioniert. Wir sehen momentan den leichten Widerstand nach unten, den leichteren Weg des Widerstandes. Der ist momentan deutlich hier nach unten gerichtet. Und es wird jetzt in diesem Sinne halt sehr, sehr spannend. Kommt es hier zu einem sogenannten Follow-Through-Day? Das heißt, diese starke Dynamik heute einfach fortzusetzen oder aber kommt es doch zu einem Rücklauf nach oben? Wenn wir den bekommen, dann wird es interessant. Was geschieht hier um die 1,14,75, 1,14,80 in diesem Bereich rum? Wenn sich hier Stärke ergibt für einen kurzfristigen Rücklauf, das haben wir ja hier auch immer gesehen, es gab hier den Schub nach unten, dann die korrektive Phase, dann wird es natürlich interessant, was besteht hier, wenn wir drüber kommen, dann haben wir hier nach oben Anlaufpunkte liegen, um die Marke von 1,14,95 bis 1,15 in etwa, beziehungsweise hier oben dann den Widerstandsbereich um die 1,508. Und der Blick in den Stunden-Shot, der hilft uns hier auch so ein bisschen, das Ganze mit einzuordnen. Das heißt, wir sehen hier sehr, sehr schön in der Stunde den laufenden Abwärtstrend und wichtige Schwungmarken beziehungsweise wichtige Bereiche haben wir drinnen. Hier oben, wie schon gesagt, das aktuelle Hoch auf Tagesbasis, was den Trend anging. Und dann haben wir hier die Schwünge schön nach unten, immer mal auch Spike, aber wichtige Bereiche haben wir halt, die wir hier sehen. Und wenn wir hier tatsächlich nach oben laufen, dann etabliert sich hier sowas wie ein Aufwärtstrend, der dann durchaus etwas in die korrektive Phase reinlaufen könnte. Wir müssen sehen, was passiert, aber wenn wir in den Tag hineinschauen, dann macht es in meinen Augen aktuell eher Sinn, die Richtung nach unten mitzunehmen. Das heißt, entweder direkt, wenn wir weitere Schwäche bekommen, oder aber für diejenigen, die die Korrektur abwarten wollen, dann aus der Korrektur zu handeln. Aber wenn die Korrektur halt relativ weit läuft, eine Entscheidung wird es dann hier in diesem Bereich geben, dann haben wir gute Chancen auch deutlich noch nach oben zu laufen. Das heißt, wer sich jetzt hier wirklich auf die Lauer legt und es wirklich eine schöne Schwungbewegung noch nach oben gibt, der hat auch jetzt ganz gute Karten mit einem engen Absicherungsniveau, direkt ein Stück der Bewegung, beziehungsweise der korrektiven Phase der Bewegung auch noch mitzunehmen. Gut, das also zu den aktuellen Handelsideen für den heutigen Tag. Ich schaue gerade nochmal in die Chats hinein. Fragen sehe ich jetzt hier keine. Ich lade ein, wer das mag, wirklich hier nicht scheu sein. Einfach reinschauen und das Ganze mitstellen. Ansonsten allen einen wunderbaren Donnerstag. Happy Thursday und dann bis morgen früh. Bis dahin, alles Gute, Tschüss.